Der ist ein Brotzillen, sehr schön. Mehr kann ich da auch nicht reinkloppen. Geile Nummer. Hast du einen Hammer gemacht ey. Ich bin stolz auf dich mein Freund. Der einzige der aktiv arbeitet. Kapp. Und zack rennt er los und macht ja alle Dinger wieder an. Damit wir hier bloß Licht haben. So, das baue ich gleich weiter. Ich habe gerade selber keine Lust mehr. Ähm. Wie lange habe ich denn? 10. Abbruch. Das Ei braucht noch wie lange? 10 Minuten. 6 Minuten. 11 Minuten. Stufe 17. Ich bin 14. Wir könnten mal noch ein paar Pals fangen gehen. Ich meine das 17er Gebiet. Zumindest da wo der einer 17 ist. Schnelle Reise. Mein Gott. Ich duke hier alle falschen Tassen. Können wir mal in die Richtung gehen. Ist der im Wasser? Ist der im Wasser? Der Perl? Soll der irgendwo da im Wasser sein, ne? Hm? Der muss dann irgendwo da vorne sein. Im Wasser. Angst, dass wenn ich da hinschwimmen würde. Der mich angreift. Oder ich im Wasser kämpfen muss. Ach guck mal. Äh. Man kann da stehen. Kälbs. Ja. Die habe ich auch noch nicht. Die Viecher. Der Wasser. Ihr seid nur Wasser, ne? Ah. Dann würde ich mal einfach euch mitnehmen. Zack. Okay. Da hinten ist der Große. Und du kommst mit. Verruhe dich bitte. Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wasserqualität ihrer Heimat. Kälbs, die in schmutzigen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich ausgesprochene Arschgeigen. Der Rache Wasser. Aber, äh, da, da, da warte ich lieber noch. Ganz ehrlich. Wir haben gesehen, was das macht, wenn man übereifrig ist. Gibt mir direkt das Maul. Aua. Aua. Was ist das für ein Viecher? Au. Au. Wollte das Ding nicht werfen. Das sieht cool aus. One Sherry. Level 19. Was passiert denn da? Hier geblieben. Aua. Werde ich nach oben geblüht. Alter, warum schießt ihr da hin? Da ist noch nicht. Ja. 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 Das war, äh, closer als mir liebes. Der Dino da sah cool aus. Kämpf mal gegen jemanden. Ich will dich fangen. Da ist ein, ein Jolt Hulk. Wölfe. What the fuck is going on there? Wilderer. Lass die Tiere in Frieden. Bitte was? Oh Gott. Ah, da geht mir. No, ich werde daneben. So, du gehst mir. Ich will endlich einen Wolf haben. Mitkommen. Finally. Fleißig. Obwohl die Verbindung dieser Ports mit Menschen schon lange zurückliegt, finden sich in ihrer Rude-Organisation, da ihr neue Elemente aus der Zeit hat, als sie beide Seite an Seite jagen. Gut, komm. Gut, komm. Du, er, nicht, Junge. So, haben wir noch einen. Probieren wir auch, den mitzunehmen. Cooler Typ. Sehr schön. Ja. Wird halt erschossen. Kann ich auch nicht weiterhelfen, wenn du nicht leben willst. Alter. Leben ist so für den Arsch. Ah, die haben mir einen Viech gefangen, ne? Okay, die bombardieren einen Affen. Warte mal, du bist du. Siehst cool aus. Geh, nimm dich mit. Sei frei! Der sie. Ist oft nicht so einsam im Pass, sobald sich einer davon aber festlicherweise mehr ausmalt, klärt sie sich, äh, klärt sie das Missverständnis mit einem gezielten Blitzschlag. Alter, was hat denn hier für... Holy shit! Der hat doch, verdammt, bumm! Ja, du denkst, ich falle schneller nach. Oh, dann halt so. Oh, dann halt nicht. Hat sich aus der Fähre... Aus der Sphäre befreit? Ganz schön dreist. Ne? Oh, hinter mir ist ein Eingang zu Klamm. Ungenusste Statuspunkte. Äh. Mal die LP erhöhen. Ich hätte ein paar mehr Bären mitnehmen sollen, ne? Jetzt haben wir den Salat. Ist das ein Vieh dahinten oder ist das eine Pflanze? War eine Pflanze, okay. Ja, Stufe 35. Bei dir hab ich noch sehr großen Respekt, mein Freund. Noch. Hahaha. Bis seine Zeit auch kommen wird. Oh. Und sie wird kommen. Sie wird kommen. Ein Van Vyvern. Ein Van Vyvern. Moment mal, der kann Feuer machen. Er ist aus der Luft. Verdammt. Nightwing? Verdammt. Verdammt. Bleib hier, Junge. Sie sieht cool aus. Will dich haben. Ich treffe den verdammten Wichser nicht. Are you trolling, Game? Now we're talking. Come herein. Fuck. Ich dachte, jetzt wird mal getroffen hier. 200 Damage, Attacke. Oh, shit. Er hat ja umgebracht. Ich hab nicht damit gerechnet, dass, ähm... Der quasi One-Shot ist von meinem Nightwing. Na gut, der war Level 10, Nightwing Level 15. Da ist noch einer. Level 15, Nightwing. Jetzt ist es ebenwürdig. Da hinten sind wieder Rookies im Kämpfen. Okay. Du kommst rein. Und du kommst mit. Oh, shit, Alter. Mitkommen. Let's go. Der Schritte pfiff, der mit den Schädelknochen dieses Pads erzeugt werden kann, soll. Noch hinter tausend Bergen zu hören, sondern wurde in alten Schlachten als Signal zum Angriff verwendet. Absolut shit-Werte. Warte, kämpfen die da? Die verdammten Rookies. Ja, warte. Flambelle. Du musst leveln. Warte, warte. Ich glaube, ich schließe die Erde in der Luft, aber da wird der... Der Jum. Aua. Renn sie nieder, Flambelle. Ja. Bääääää. Minderwertige Munition. Näääää. Probieren kann man's ja mal, ne? So, jetzt aber. 15 Rookies. Jetzt aber. 15 Rookies. Loll. Guter Läufer. Stämmiger Wuchs. Unbelastbar. Der Rachen geborene. Was zum Teufel sind das für Viecher? Mozzarella. Gompel. Hä? Flambelle Stufe 13. Das sind aus wie Katzen. Flambelle. Greif sie an. Oh. Oh. Mitkommen. Ah, bro. Oh, shit. Mitkommen. What the fuck? No, Milch. Ja. Du bist meine Lichtquelle. So, wir haben ein paar Viecher gefangen. Fuak. So, die Amos ist nice. Bushi. Bushi sieht strong aus. So, wir gehen erstmal nach Hause. Bushi muss warten. So, wir haben erstmal hier sehen, was hier überhaupt los ist. Das sieht cool aus abends, ne? Ehtet die Gottheit an. Die haben uns die Perls gebracht. Da oben ist ein... noch so'n Ding. Das ist eifertig. Etwas kühl. Ausgebuchtet. Halten, um zu brüten. Warte mal. Ich würde das im Helden machen. Flammbettel, du kannst hier ein bisschen rumschillen. Ja, 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 ja. Alter, alle laufen sind mit irgendwelchen Dingern über den Kopf. Ich hol Steine, ich Beeren. So, mal sehen, was hier rauskommt. Und was ist es? Nox hat das Licht der Welt erblickt. Nox findet man nachts. Das Haar eines Nox auf seinem Weg sollte man es nicht aufheben und Kerten machen. Es ist eine Einwegfahrt... Eine Einwegfahrkarte in die Nacht. Und hat direkt so'n... absolut Pist-Attribut, ne? Also, weiß nicht, ob es Pisse ist, mal sehen, aber... halt... unbelastbar. Sieht aber cool aus. Verteidigung minus 10. Hm. Was kann der denn? Pflanzen. Fleißig. Arbeitstempo beim Sammeln, okay. Äh, hier, Vanwühlen. Vanwürmen, sorry. Angriff minus 20. Oh, Meno. Desi. Handwerk, Stromerzeugnis und Transport. Positive Gedanken. Bewässerung. Und der Wetterer-Rookie. Verteidigung plus 20. Erwägungstempo plus 20. Verteidigung minus 10. Und Drachengeborener... Drachenangriffsschaben plus 10. Menschen sind keine Pals. Das macht doch nichts. So, den tu ich jetzt mal hier bei den anderen rein. Nox, zeig mal, wie du aussiehst. Du bist kein Nox. Boah. Am gemeinsamen Kampf erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten. Oh. Oh, das edle Vieh, Alter. Komm mal her. Ja, du bist ein Feini. Ja, du bist ja ganz Feini. Komm zurück. Okay. Werden wir aber noch nicht mitnehmen. So, die Kuh macht muh. Und hier hin, ne? Ja. Äh, hier. Zack. Zack. Die kommen auch da hin. Mal eben, wenn ich zwei mitnehmen kann. Zack. Zack. Wasser. Wasser. Zack. Zack. Blitz und Feuer. Feuer starte. Über der Transportstufe 3. Not bad. Blitz. Du kommst mit rein. Hey, ich bin dir. Flambelle auch nicht schlecht, ne? Ich würde gerne Nightwing, äh, ähm, fliegen können. Wollte nicht reiten, dann. Das hört sich weird an. Ja. Hier. Kann man hier die Pfeile herstellen. Ich danke euch. Ich baue die Megasphären weiter. In was für eine Gruppe wurde ich eingeladen? Mann, ich hasse das, dass man in irgendwelche Gruppen eingeladen werden kann, bei... Warum? Just fucking why? Was soll ich da dran? Nein. Eröffnet sich auf einmal irgendein Video. So, vier neue Megasphären. Geht sie gut? Mal eben ein bisschen Sachen loswerden. Ja. So, zack, rein damit. Zack, rein damit. Top, top, top. Fast richtig. Das muss da rein. Ey, Moment, das ist falsch. Stoffsachen, hier würde ich dran. So, jetzt aber. Mein Gott. Stoffstoff. So, sonstiges. Die Munition. Pflanzliches. Da sind auch noch Eier drin. Und was ist hier drin? Die Früchte und das antike Grüns. Dann tue ich hier... Milch rein. Obwohl, die kann ich von der... Achso, dann da... Aha. Verstehe. Dafür bräuchte ich so ein Eisding, ne? Dann trinke ich die Scheiße einfach. Und gut ist. Ich hatte ein Level ab. Oh. So, das hier will ich haben. Den Sattel. Das Weizenfeld. Die Mühle. Ach. Einen Punkt habe ich noch. Das hat der Geschirr für den... Ja, komm. Komm, wenn der Wolf mit... Mit reiten. Gedönster. So. Eine Beeren vergessen. So, Mozzarina. Herstellen. Leder, Stoff und Palladium. Ich habe Tobias, keine Ahnung, wie man Leder herbekommt. Aber Stoff kann ich schon mal herstellen. Leder kann ich hier nicht herstellen, ne? Ich sehe ich zumindest gerade nicht, also glaube ich mal nicht. Leder kriege ich wahrscheinlich von irgendeinem Vieh, ne? Von irgendeinem Perl. Hey, Perl. Ein Weizenfeld. Das ist ja sogar noch größer als die Dinger hier. Kommt mit da dran. Wir brauchen Weizen, Leute. Weizen braucht die Welt. So, Perl-Aufsicht gedöhnt. Boah, das tue ich hier oben hin. Genau hier so. Das baue ich von mir aus so selber. So, meine Leute. Jetzt sage ich euch mal, was die Sache ist. Okay, der Große kommt und will mithelfen. Wieder angestammt. Kommt. Er baut von hier unten einfach. Äh, okay. Öffnen. Arbeiten. Schuften. Brutale Arbeiten. Das ist ja richtig assi. Ach, ich habe das Licht noch gedimmt. Mal irgendwie auf hell einstellen. Ich habe immer eine Lampe hier angemacht. Aber es hat sich so gar nichts geändert, weil ich das nur auf dimmen habe. So, dann wird das ja auch ein bisschen heller in der Bude. Bei euch nicht ganz so extrem. Bei mir schon. Okay, die können aber erstmal so bleiben, wie sie sind. Gerade läuft ja noch alles halbwegs gut. Pum. Ja. Von den Ressourcen her. Er baut da die Steaks. Dann habe ich noch Produktion. Eine Mühle. Eine Mühle. Die St... Was zum Teufel macht der da oben? Keine Ahnung. Scheidegal. Kann ich den da wieder runterholen? Äh... Ja, kann ich. Ich muss den nur Neues bohren. Kann ich den eigentlich auch streicheln? Komm mal her. Ja, du bist ja ein Feini. He he. Ein Kochtopf. Scheiße, darauf habe ich gar nicht geachtet. Wo kennt man denn den Kochtopf? Ja, wahrscheinlich nächste Stufe, ne? Ein Perlentsafter. Damit kannst du aus Perls derselben Spezies ein Konzentrat herstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich so ein Kochtopf herbekomme. Floppy Halsband. Durchgehend draußen zu haben. Oh. Ah, hier. Kochtopf. Level 17. Ah ja. Megaschild. Das... Oh, das hätte ich auch gerne. Antikes Bauteil. Gut, dass ich das nachgeguckt habe. Dann werde ich den Entsafter noch nicht bauen. Schießt euch alle ab. Dann stehe ich jetzt prinzipiell hier draußen Tuna an einem anderen Lager. Da wäre Tuna dran, ne? Moment, Kunz. Ja, Katze. Lauf doch von meinen Füßen her, Alter. Damit ich ja auch bloß auf deine Füße trete. So, ein dämliches Vieh manchmal. Ähääh. Oh, ich muss mir gleich mal unbedingt was zu essen machen. Ach, Möbel ist die letzte Kategorie. Ja, davon habe ich noch keine. Tö, tö, tö. Ach so, mein Fleisch müsste fertig gebraten sein, ne? Oh, Barbecue. Oh, da hat noch eine Hunger. Du. Perfekt. So, ich will gerne für ihn ein Fliegelgedönster herstellen. So, Stoff. Hat das immer noch keiner gebaut? Ah doch. Sehr geil. Leder und Palladiumbruchstücke. Die Bruchstücke kann ich besorgen. Aber. Gucken wir die ein bisschen schneller. Ähm. Lambert, oder bis hier? Schon da vorbei, oder? So, Rusher. Wir holen das ja zusammen. Mit dir geht es schneller, mein Freund. Gut, hier. Attacke. Zack. Nömer eins abgebaut. Nömer zwei abgebaut. So, da kommt, so weit kommt der da, oder? Ah, toll. Hat nicht gereicht. So. Tö, 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 Attacke. Zack. Rote Beeren. Ich kann sie nicht mehr sehen. Und. Putz. Sehr schön. Ist dein Wasser langsamer? Ja. Voll der ganze Sprung, ey. Okay, hier wird es ein bisschen tricky, aber. Fuck. Schießt ins Gesicht, Junge. Zack. Schnauze da oben. Wird hier einfach seine Mission. Noch einer, der mir auch sagt, gehen würde. Zack. Ruhe da hinten. Hm. Joink. Sorry. Wollte ich nicht da unten hinklatschen. Du, tü, tü, tü. Mal eben die Dinger mitnehmen. Oh. Oh, war das knapp. Hä, 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 hä. Ich ringe nach Luft. Ich könnte mal wieder ein Eider reinbrutzeln, ne? Hab ich ganz vergessen. Ah, mach mal gleich sofort. So, Leder. Wo krieg ich denn Leder her? Da krieg ich von euch Leder. Du? Hast du Leder? Beeren. Du hast auch kein Leder. Vielleicht gibt der ja Leder. Angriff für Leder. Guter Hit. Du hast zwar rote Beeren und Fleisch, aber kein Leder. Mit Kuh gedöhnt hat er wahrscheinlich Leder da, aber davon ist gar keine in der Nähe. Okay. Katze tritt nicht in die Steckdose rein, ey. Schön, wenn du dich hinlegst, ohne dass du gebrötet wirst. Oder ich. Kann für uns beide kritisch ausgehen. So, die haben ja mit dem Baisy übergekommen. Ruhe. Komm her. Ein bisschen Erd mitnehmen. Ja, what the fuck? Ich leite der dran vorbei. Ich kann nicht mehr. Ich hab, was du brauchst. Ah. Das Pisse. Jetzt aber, komm. Wer könnte hier Leder haben? Du, du hast jetzt ein Problem. Zack. Was zum Teufel. Ich hab ganz... Ey. Aber wir könnten in das dann schon eingehen, auf Prinzip. Mach den mal weg. Jetzt eine Eisrüse, aber kein Leder. Kollege, hast du Leder? Nee. Gummuslaub. Oh, da oben ist der Baisen, ne? Ein Pär. Wir holen uns die Rookies. Gut. Der gibt der Ruhe. Zack. Weder Kopfschuss. Ein Floppy. Ich kann meine Floppies nicht alleine lassen. Gib mir den Baisen. Was hat eure Mutter euch denn? Aquaschuss gelernt. Letter Versuch. Aber er gibt nur noch Schnauze. Über das hat Schießen lieber den Leuten, die schießen können. Loppy, du kommst mit. Du bist frei. Stämmiger Wuchs. Hey, den hab ich auch in der Hohne. Hey, ich spare hier nie aus. Na. Aber trotzdem kein Leder, ne? Aber wir können ja mal in die Höhle gehen. Die war ja Stufe 15, glaube ich. Oder 13. So, das ist hier die, ne? Gehen wir nach Hause. Eben die Erze ablagern. Zack. Ja, stell her. Oh, mein Gott. Dann da. Endlich einen anderen Scheiß mal eben hier reinklatschen. So. Ah ja, klar. Hier die Dinger. Zack, zack. Doch. Das Horn noch. Sonstiges. Zack, zack. Zack, Stoffsachen. Okay, da muss ich einen raustun, weil ich will den Daddy mitnehmen. Bei den passiven extra Damage. Wo kommt's mit? Wo kommt's mit? Ein Ei wollte ich nur in die Brotkastenkacke da tun. Zack. Was passiert da? Ich weiß es nicht So 40 Minuten Etwas kühl Eigentlich da irgendwie Beheizen oder so Hier, ich packe Zwei Fackeln daneben Ansehen, ob der funktioniert So, schnelle Reise Er siegt Ah, ich hätte gucken Ach, geht eigentlich nur von den Werten her Vier Mega-Eier Damit kommen wir auch klar Dungeon Rein da Boah Möchtest du sagen, kommst du mit Oder hast du nur Lust da rumzustehen Wird dir was angeleuchtet? Ja Zack Ripp ihn Was denn das? Kann ich das abbauen? Oh, kann ich abbauen Schwefel Oh Mal mitnehmen, die Scheiße Brauchen wir bestimmt auch noch Das kann ich nicht abbauen Und was ist das? Das ist normales Erd, oder? Ja Okay Oder? Ja Man, den wird da nur nicht zu voll machen Falls da noch andere Dinger sind, die man einsammeln kann Pilze und so Kann ich nicht einsammeln Was ist das? Kohle, oder so? Gar nichts Shady, Schokolade Okay, halt, aber Beruhige dich doch, Chile Beruhige dich doch Weiter geht's, Armee Ist hier schon ein Bossfighter, oder was? Mal sehen, was hier abgeht Ich bin bereit Zack Attacke, Leute Attacke Bitterer Ruki da hinten Okay Was machen Ruki jetzt hier dann? Küche Damage? Ich hab Angst Okay Okay Anschein'n nicht Ein Flutter Was ist ein Flutter? Mitkommen Lass da mitkommen Leder Geil Sehr schön Oh Was aber das ist Ich baue es ab Ein riesen Palladiumhaufen Ja, den nehmen wir safe mit Moment, ich kann nicht mehr Ich bin schon in die Tage gekommen hier Wandel ja schon seit 300 Jahren auf dieser Erde Äh, 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 3 Millionen 30 Millionen Ja So, das ist schon länger Ich hab die Zeit völlig aus dem Auge verloren So ist er, wenn man Toys ist Toys ist Maximus Du voll 10 Oh Oh, da hinten Nope Eingewildet Super Eine Truhe Ein Stahlschlüssel Seitdem ich Die alle mit hab ich Die Schlüsse What the fuck Hab ich nicht einmal wieder so ne Truhe gesehen, ne? Oh, der geht in der, oder? Ansonsten kann ich bei den Thronen auch nichts machen So, schön essen Äh, bei den Thronen, bei der Fakke, meine ich Da hinten waren Rookies Zwei Megasphären habe ich noch, ne? Kann ich die Dinger abbauen oder einsammeln? Nö Man, so viele coole leuchtende Sachen, ich kann nichts davon mitnehmen Enttäuschend Hier auch nicht Aber es sieht schon cool aus, das Dungeon, ne? Der mit der Armbrust Kommt anders gefährlich No, der blieb, steh ich nur da hin So, zack Oh, wenn wir jetzt noch so ein Dinger umsetzen hätten, so ein Filter drauf Wie heißt der, vor vieles Filter? Ich wollte ja Wii-Share darauf packen, aber ich weiß nicht, weil das Game ja in der Online-Verbindung ist Nicht, dass ich da hinterher einen Bann oder so kassiere Alter, ich will nicht klettern, WTF Level 5 Mau Sieht süß aus, ich würde es haben Aber ich habe Angst, das umzubringen Ey, bleib hier Oh, schon, klapp Wer fangst halt eh für viel? Aua Aua Perfekt Den will ich, den wenigstens Nicht umbringen Ah, verdammt Weißen sich am Hals ihrer Opfer fest Und saugen sie aus Stößt man auf einen Perl von mir Halte sich meistens als Opfer eines Killamere Killamere, sorry Kalamere Kalimera, Kalimera Äh, äh, Clown, Klein, ja Äh, Gewicht Kalimera Schade, ich wollte das andere Mauro auch noch mitnehmen Schläfe in dem Mauro mit Okay Hä, 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 hä Wir sind Achso, warte, jetzt noch ein Stück Wollte gerade sagen, wir sind Männer mit Bärten Klaas und Jürgen Hein und Piet Die Harbenbärte, die Fahre mit Muss ich hier hinstellen Alle, die mit uns auf Kapa verfahren Hä So Noch vier Sphären Und wir haben noch keinen Boss gesehen Erschränkt Vielleicht kommt er ja hier Wo ist denn hier der Boss? Ihr Landratten Rookies Zack Erschossen Hä What the Oh, in der Luft gesniped Das hättest du mir lieber gelassen Das sag ich dir aber Das ist noch so Mauro Ah, die Knarre schnell nach Die Armbrust Warte, das ist ägyptische Wesen Kann das sein? Toll Okay, doch Mitkommen Ich dachte du kommst mit Mach keinen Scheiß Mach keinen Scheiß Also Goldmünchen hab ich durch Bekommen Kann ich hier bauen? Nicht, wenn man kein Holz hat Hier Zeltman Er springt auch mit mir Er springt mit, wenn ich springe Hier, holt euch hier mal Brauchen wir eben den Schwefel ab Mal sehen, ob ich gleich irgendwas fallen lassen kann Gut Das erst Tue ich raus Da ist noch ein Vieh Mach den fertig, Jungs Attackearmee Hallo, habt ihr keine Lust zu schießen? Dann mach ich das selber Mein Gott Was ein faules Pack hier Zwei Beeren Könnt ihr die mal 27 Schuss Da ist noch so ein Fudler In der Pool Ich bin jetzt mit dem Basic kaputt Ja, haut auf ihn ein Sehr schön Der bringt nämlich Leder Und das brauchen wir Dahinten ist noch so ein Killer Mari Ein Killer Mari Nicht gefürchtet Dennoch Tödlich So Mal sehen, wo es hier entlang geht Ah, wie schnell der schwimmt Hä What the fuck ist Ein Huck Stufe 12 Als Boss Sowas wollte ich sehen So was wollte ich sehen Perfekt Das wollte ich nicht sehen Wollte der Betreffer sehen Attacke, mein Freund Daim Und die letzte Sekunde ausgewichen Die Kleine müssen wir erst zuerst Wenn ich Wenn ich Wenn ich Die Kleine Wenn ich Die Kleine Und dann den großen Ding Mitkommen Let's go Schattenschutzring Seltene Feder Mal sehen Irgendwie wurde mir jetzt normal angezeigt Aber mal sehen Ob der die normale Größe beibehält Wenn der dann bei uns da Herder Was ist denn das da für ein Ding Oh die shit Was ist das für ein Ding Oh ich will hier so ein Screenshot von haben Moment So Kannst du dich Kannst du dich nicht dahin stellen Wo du so Bist du immer Immer auf meiner linken Seite So So passt doch besser Zack Screenshot Ja Boah War die Kisten am Stützl Danke Thermo-Unterwäsche Fellrüstung Oh ich kann mal sogar richtig dachen Dungeon verlassen Und Rubin Oh Yes Nett 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 Und ein Ei vor der Tür Kann ich den Prinzip hier nochmal betreten Könnte ich sogar nochmal betreten Was stand da Achso Boss Level 13 Okay Also auf nach Hause Ich frag gar nicht erst Etwas kühl Nach 26 Minuten So Ich tue ich mal eben hier rein Das ist jetzt der Große Ne Ja Wenn dieser Perl im Team ist Wird der Angriff von Perls Des Typs Schattens erhöht Jo Calm down buddy Calm down Was kann der denn so Team Angriff hat er nicht so Masochist Okay Ich hole ihn erstmal bei den anderen ein Seine Werte sind leider nicht ganz so Geil Boden ständig Die Katze Auch Masochist Das ist ein Herbizid Gras Schaden Und es wird manchmal Goldmünchen ausgraben Interessant Interessant Das können wir merken Mehr Muskeln als Verstand Angriff Und Angriffstempo weniger dafür Transportstufe 2 Der Megawuchs Verteidigung plus 20 Kann er das Nein bitte herstellen Sammeln Handwerk Gibt keinen zum tauschen gerade Ne Der Sinn macht Ne Okay Die Katze Auch so ein Schatten Ding Das Feuer So Hier rein Ähm Neu Die Die Kommst natürlich auch da rein Du willst auch Schatten Ne Nicht böse gemeint Aber du kommst auch erstmal hier rein Das ist mein Den tue ich erstmal hier rein Furtler weiß ich noch nicht Was ich davon halten soll Vielleicht wenn der Beste Atik gut hätte Obwohl dann auch nicht Ne Na ja egal Haus auch haben Ich kann die auch immer noch Alle rausbringen Oder entsaften Und was Was ich nicht alles damit machen Also Den tue ich auch In der Elektrizität Hine Zwei Du bist Pflanze Den Daydream Können wir später mitnehmen Ich Nehme erstmal von der Belved Weil ich gerade keine Lust habe Dass mir der Daydream die ganze Zeit Von der Nase rumläuft Warum liegt der heute rum Machen wir mir Oh Ich bin überlastet Wait Da habe ich nur Einen So ein Ding Ah War ich die Ah Den Schwefel Abwerfen Nehme ich gleich mit Oh Gott Steine eingesammelt Auszusehen Zack Schwefel Tue ich auch direkt mit hier rein Lässt sie unter anderem In der Nähe von Vulkanen Ausfindig machen Wird für die Herstelle Von Schießpulver benötigt Giftdrüse Seidene Feder Kommt auch hier rein Leuchtende Feder Die vom Perlis abgeworfen werden Erzielen beim Händler Einen guten Preis Pellerostung Kann fortan mit hochwertiger Gedönster Sonstiges Ne den Bei Erze tue ich auch Den hier rein Den Rubin Ja gut Stein Doffsachen Läder Wir können jetzt das für Obst Ja Ihn herstellen Wo ist er? Da Kann das mal bitte eine bauen Fellrüstung Gewöhnlich Ungewöhnlich Was ist denn da der Unterschied? Außer dass nämlich das eine Antike Zahl kostet Das andere nicht Oh der Scam So Mal eben den Bauplan Ist hier noch Platz drin? Ja Antikes Bauteil Haben wir sogar auch eins Das kam hier rein Hey Hier in die Kiste Vier antike Baupläne Noch ein paar Pfeile Hey Mal auf zu transportieren Dann bauen wir das Ding da Fertig Technologie Megaschild Zack Das würde ich auf jeden Fall E-Fall-Set Okay Dekoration Eisentruhe Palsy Transport Beherrschen Bringen die ja von selbst Gegenstände Nehmen wir Holzschutzwand Nehme ich auch Fuck Kann ich nochmal Rückgleich machen? Ah Ich hätte eben nicht Egal 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 Ach Ich habe den Metallspeer auch noch nicht hergestellt Ne Wusste Irgendwut Hab ich vergessen Ja Hier Nehmen wir den Punkt dafür mit Äh Metallspeer Können wir mal einen herstellen Vielleicht besser als der Basie Normaler Schild Scheiße Ich möchte den natürlich erst bauen Ah Könnt ihr das nicht einfach mal zu Ende bringen Hier die Scheiße Unbrauchbares Volk hier in der Base Ich baue jetzt noch die zwei Dinger hier Und vielleicht nur das Schild Und dann mache ich Mache ich aus Für heute Hä Da dauert er Ewigkeiten Ja genau Fuack Nicht transportieren Nein nein Bauer du da mal fertig hier Ah, jetzt kommst du hier hin, ne, Fork? Hasse dich. So, ja, ja, brauchst du gar nichts zu tun. Megaschild, antikes Bauteil. Vier von fünf. Wir brauchen so viele antike Bauteile. So, der Basie macht 50 und der macht 80. Tschüss, Basie. Entsorgen. Weg. Ich steche alles ab, was mir in den Weg kommt. Bau neu. Eisentruhe. Und hier? Holzschutzwand. Juhu, ich hab Möbel. Endlich ist es soweit. So, wenn es meiner überfallen will, damit kann man doch mal hier arbeiten. Gut, dass ich... Ah, so ein Tor kann ich noch nicht herstellen, ne? Muss ich erst lernen, ne? Wenn die da oben durch können, drehe ich durch. Da hinten gehe ich da jemals durch. Ich weiß es nicht. So, ab und zu gehe ich ja auch schon mal durch, ne? So. 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 Dann soll es ja von der Höhe ungefähr gleich sein Ja, schon besser So, den Kochtopf, den können wir ja noch nicht lernen Oh, mein Nase juckt Oh, weil ich nicht da drin stehe So 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 Also, man kann da sogar drüber klettern So, ich lasse hier einen kleinen Spalt Äh, hält die haben alles fest, ne So, ein bisschen Die Mauer ziehen hier, damit die nicht alle rein oder raus Wo sein können, wie sie wollen Ah, fuck Da haben wir hier noch so'n Schießt So So Gut, 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 gut Da ist alles gebraten, da ist alles fertig Ich glaube, es ist time to say goodbye Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Kuss, 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 kuss Kuss, kuss, kuss Alle, die eingeschaltet haben Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein Bei Powered Und Pass auf euch auf Macht's gut Haut rein Tschüss Kuss Vielen Dank.